Audio Now Nur, dass ich jetzt nicht nochmal falsch joine, weil mein PC ist gerade gecrasht, weil man das Spielen nicht beenden kann. Und du hast dahinter diese pelzigen Roden und bist nur so, boah, ist das ekelhaft. Darf man fragen, was du unter der Nase hast? Das ist Luise. Es gibt so Frauen, die sehen schön aus beim Schlafen. Es gibt Frauen, die sehen süß aus beim Schlafen. Es gibt die Rubrik Pia, das ist eine eigene Rubrik. Und alles sagt, sprich's nicht aus. Und mein Kopf ist so, alles klar, let's drop it. Und ich hab mich einfach gerade selbst angesabbert. Moin, hier ist Tim. Ich bin Mitte 30, arbeite als Journalist und Podcaster und ich zocke wahnsinnig gern. Und das eigentlich schon immer. Und seit einigen Jahren befasse ich mich auch beruflich mit dem Thema E-Sports. Vielleicht kennst du ja meinen E-Sports-Podcast Game Changer. Jedenfalls freue ich mich, dass du hier dabei bist. In meinem neuen Podcast, Wir gehen rein, sprechen wir über das, ich sag mal, ein bisschen größere Thema. Gaming. Wir wollen diese Welt besser kennenlernen und schauen, wie die Szene so groß und so bunt geworden ist. Das machen wir alle 14 Tage im Gespräch mit Menschen, die Gaming leben. Wie Shoyoka, die du eben schon kurz in Action gehört hast. Shoyoka heißt eigentlich Pia Scholz. Sie ist 24 Jahre alt und stammt aus Österreich. Mittlerweile lebt sie in Berlin-Spandau. Und sie ist eine der erfolgreichsten deutschsprachigen Streamerinnen. Ihre Leidenschaft ist das Zocken. Aber in ihrem Twitch-Kanal geht es um viel mehr. Von ganz alltäglichen, über politische, bis zu gesellschaftlichen Themen. Und es geht um das soziale Miteinander, die Community. Also Gaming als Kultur. Und weil das genau das ist, worum es in diesem Podcast auch gehen wird, freue ich mich sehr, dass Pia in unserer ersten Folge zu Gast ist. Falls du gerade über Twitch gestolpert bist, zwei kurze Anmerkungen vorweg. Twitch ist eine Plattform, auf der du zuschauen kannst, wie StreamerInnen spielen. Und du kannst dich im Chat mit ihnen austauschen. Wir werden noch über Discord sprechen. Discord ist eine Chat-Plattform, wo du dich in Gruppen zusammenschließen kannst. Und ihr könnt euch über Textnachrichten oder Voice-Chats unterhalten. Aber all das kann Pia viel besser erklären. Mein Name ist Tim Pomerenke. Und wir gehen rein. Hallo Pia. Schön, dass du dabei bist heute. Einen wunderschönen, guten, was haben wir heute für den Tag? Montag. Montag. Montagmorgen. Guten Montag. Ich würde dich gleich mal bitten, weil ich glaube, es ist nicht ganz unkompliziert, das zu verstehen, weil es nicht ein klassischer Lehrberuf ist, den man so kennt. Beschreib mir doch mal bitte deinen Job. Also ich bin Twitch-Streamerin oder generell würde ich eher mittlerweile sagen Content-Creatorin. Das heißt, mein Job besteht daraus, Videos zu machen, Livestreams zu machen, dabei Computerspiele zu spielen, aber nicht nur. Und Menschen zu unterhalten, sie zum Lachen zu bringen. On a daily basis, seit sieben Jahren, jeden Tag auf ganz vielen verschiedenen Plattformen. Wenn ich deinen Kanal ansteuere, wenn ich deine Streams verfolge, was erwartet mich? Wie würdest du deinen Kanal charakterisieren? Grundsätzlich ist halt, wie gesagt, der Main-Fokus, wenn wir uns zum Beispiel Twitch anschauen, sind auf jeden Fall Computerspiele. Ich mache sehr viel im Strategiebereich. Das heißt, es sind dann lange Streams, wo man nebenbei aber auch viel reden kann, weil diese Spiele meistens nicht so viel, sage ich mal, schnelle Aufmerksamkeit wie andere Genres brauchen. Man kann da einfach relativ gut daneben quatschen und auch ein bisschen rumblödeln. Und dazwischen gibt es Diskussionsrunden über alles Mögliche, von Haustieren bis hin zu politischen Situationen, die passieren, Wahlen, gesellschaftliche Themen, alles, was es irgendwie so gibt. Und all das in einem Livestream-Format, in der ich eine direkte Kommunikation habe zwischen Menschen, die mir im Chat schreiben, zuschauen und mitdiskutieren und Input geben zu dem, was ich sage, tue, mache. Das ist ja wahrscheinlich aber auch eine Art von Inhalt, die sich irgendwie entwickelt hat über die Jahre, wie du es machst und was so die Elemente sind. Kannst du mir ein bisschen darüber erzählen, wie das alles losging, wie du das gestartet hast, wie du reingekommen bist und wie sich das alles entwickelt hat über die Jahre? Also angefangen hat das bei mir mit dem Streaming tatsächlich, da war ich 17. Damals habe ich halt sehr viele League of Legends gespielt. Das ist, glaube ich, auch nach wie vor eines der meistgespielten Spiele, die es gibt, wo man in so einem Fünfer-Team gegen ein anderes Fünfer-Team quasi ein Match spielt und also mit fremden Leuten. Man kann es aber auch mit Freunden spielen. Und ich hatte halt wirklich das Problem, dass ich niemanden hatte, der das mit mir spielen möchte, weil das einfach in meiner Schulklasse damals noch nicht wirklich populär war oder die Leute einfach nicht interessiert hat. Und dadurch bin ich dann über Twitch gestolpert, wo Leute sich dabei gefilmt haben, wie sie dieses Spiel halt spielen und nebenbei halt quatschen. Und ich fand das ultra cool, weil ich mir dachte, nice, wenn ich sowas mache, dann habe ich immer Menschen da, die auch Bock auf die Spiele haben, die ich spiele und bin damit halt nicht alleine. Und das hat sehr gut funktioniert. Also so hat das begonnen. Wenn ich mir viele Kollegen anschaue, dann hat das bei vielen wirklich so einen ähnlichen Anfang gehabt. Ich möchte nicht alleine spielen. Also eine ganz starke soziale Komponente auch? Auf jeden Fall. Also eine ganz, ganz starke soziale Komponente. Ich glaube auch, dass Computerspiele generell eine sehr krasse soziale Komponente haben, die man vielleicht auch sehr stark unterschätzt, wenn man selber keine Spiele spielt. Aber nicht ohne Grund sind eben Multiplayer-Games, also Spiele, wo du mit ganz vielen Leuten zusammen oder gegen andere Leute spielst, sind einfach so dermaßen populär. Deswegen glaube ich, man kann Spiele nicht von der sozialen Komponente tatsächlich trennen. Beschreib mal bitte, wie das ist mit so einem Chat im Rücken. Oder im Rücken ist es ja nicht, du hast sie eigentlich frontal vor dir und kriegst ja auch deren Input mit. Also du sitzt ja alleine trotzdem da, sozusagen physisch im Raum. Aber es sind so viele Leute da, mit denen du eigentlich das erlebst, was du erlebst. Was ist das für ein Gemeinschaftsgefühl? Also ich habe mich noch nie so lustig gefühlt, weil sonst, wenn ich extrem schlechte Witze mache und ich bin mit Leuten im Raum und niemand lacht, dann ist das immer unfassbar unangenehm. Und jetzt bin ich halt immer 100 Prozent der Leute, die im Raum sitzen, lachen mit. Das ist total schön. Also ich habe immer das Gefühl, mein Humor ist extrem schräg geworden in den letzten sechs Jahren. Einfach weil, ja, aus Respekt schreibt jeder dann doch in den Chat, Haha, Pia, du bist so lustig, aber ob die Leute wirklich lachen, das sehe ich ja nicht. Nee, also man bekommt schon, man glaubt das gar nicht, weil es ist ja quasi nur über den Chat. Und im Gegensatz zu den Leuten, die mir zuschauen, sehe ich ja von deren Leben nicht wirklich was. Also ich lege ja alles offen. Mein Gesicht sieht man, meinen Namen sieht man, das Zimmer, in dem ich sitze, sieht man. Über die anderen Social Media Accounts wie Instagram oder Twitter kriegt man ja auch wirklich ein Glimpse in mein Privatleben mit. Über meine Hunde, über das, was ich am Sonntag gemacht habe. Und das ist natürlich eine einseitige Sache. Aber trotzdem ist es so, dass ich mir die Namen von den Leuten merke. Also auch jetzt, wenn da 2000 Leute gleichzeitig im Chat sind und mit mir schreiben, ich erkenne die Namen. Ich weiß, wer da teilweise, ich habe ja Leute, die schauen mir seit fünf Jahren zu. Die sind einfach seit fünf Jahren, sechs Jahren Teil meiner Community und schauen halt im Feierabend rein und kommen dann halt rein und sagen, jo, schön, dass du wieder da bist. Und bei denen weiß ich auch teilweise den echten Vornamen, den sie haben und grüße sie dann auch mit dem. Oder weiß zum Beispiel, okay, der User, der war jetzt ein halbes Jahr nicht da, weil der hatte davor erzählt, dass der gerade ein Kind bekommen hat und ein Haus baut. Und deswegen kann da jetzt nicht so viel da sein. Und dann kommt er halt rein und dann fragst du halt mal, ja, und wie lief es? So ist das Kinderzimmer fertig? Also du hast halt auch schon einen persönlichen Bezug, insofern, dass Leute auch von sich viel teilen und das, glaube ich, auch genießen, dass man anonym im Internet trotzdem über Dinge reden kann, die einen halt bewegen und beschäftigen. Und das kriegt schon auch einen sehr, sehr persönlichen Bezug. Ich bin ja in einer Internetzeit sozusagen groß geworden, wo Chaträume irgendwie ein Ding waren. Und gerade in so kleineren Chaträumen hat sich ja dann irgendwie auch eine Community gebildet. Und die Leute haben sich auch wiedererkannt und miteinander gesprochen und so Seilschaften, die relativ anonym, ja, weil Internet waren, gebildet, aber sie waren ja miteinander verknüpft. Hast du das Gefühl, bei dir gibt es auch eine richtige Community, wo sich auch so gegenseitige Seilschaften gebildet haben? Auf jeden Fall. Also wir haben auch einen Discord, auf dem sind halt momentan in etwa 6.000 Leute drauf. Es sind nicht 6.000 Leute aktiv, aber es sind 6.000 Leute drauf. Und es hat zum Beispiel einer meiner Zuschauer hat angefangen, ein tägliches Tagebuch zu schreiben. Also einfach wirklich so eine Fanfiction-Geschichte aus der Community, weil wir hatten halt eine Zeit lang diesen Gag, dass wir gesagt haben, wir sind wie so eine Piratencrew und wir stechen den See, nur schauen wir uns Spiele an. Und er hat einfach 189 Tage in Folge jeden Tag einen Text hochgeladen im Tagebuchstil mit so Fanfiction und heute haben wir das und das erlebt. Einfach wirklich einfach eine Geschichte geschrieben. Und du hast auf jeden einzelnen dieser Beiträge hast du halt Reaktionen, wo Leute das entweder kommentiert haben oder einfach nur wie so ein Gefällt mir dagelassen haben, weil sie sich das halt durchgelesen haben. Und also da entsteht wirklich so ein ganz eigenes, wirklich wie so eine eigene Schulklasse, könnte man so sagen. Und in dem gleichen Channel teilen dann Leute, wir haben auch zum Beispiel auch Künstler da mit in der Community drinnen, die teilen dann, hey, ich habe jetzt das und das gezeichnet. Oder schaut mal neues Cosplay und dann wird das dort geteilt. Und es wird sehr viel Empowerment auch gemacht. Oder Kochtipps und guck mal, ich habe jetzt das und das gekocht. Und was gibt es bei euch am Samstag so zum Essen? Also du hast super viel Interaktion zwischen den Leuten auch. Und ich glaube, da haben wir Gamer einfach wirklich, ja, wir haben es halt leichter, weil wir haben diese ganzen Grundstrukturen schon. Wir haben Discord schon, wir haben Twitter schon, wir haben Reddit schon, wo wir halt unterwegs sind. Das hat sich bei uns, glaube ich, schon immer ein bisschen angefühlt wie der zweite Freundeskreis. Das muss nicht der einzige sein, aber es ist trotzdem, also ich glaube, das Internet war auch eine lange Zeit lang für mich einer der wichtigeren Freundeskreise in meinem Leben, weil das halt konstanter war und eher geblieben ist tatsächlich. Auch mit einer festen Personenstruktur oder gerade auch in dieser Anonymen und dieser Flüchtigkeit? Schon mit einer festen Personenstruktur. Also es fing halt an in dieser anonymen Flüchtigkeit. Und ich meine im Endeffekt, was Freundschaften ausmacht oder das Näherkommen mit anderen Personen, ist doch, dass man eben gemeinsame Momente teilt. Und letztendlich, natürlich ist es schön, wenn so ein Moment bei einem Fahrradtrip quasi nach, keine Ahnung wohin, passiert. Aber dieser Moment kann halt genauso gut in WoW beim Leveln sein, wenn man 200 Goblins zusammenjagt. Also du hast trotzdem einen Moment und du hast trotzdem etwas, was du teilst. Und es ist nicht weniger, nur weil es unter Anfangszeichen nur online stattfindet. Und da sind auch Freundschaften dabei, die pflege ich seit Jahren. Du baust ja selbst so einen Raum für eine Community, die einfach, wo die Schnittmenge ist, dass sie deine Sachen cool finden, also dir gerne zuschauen. Aber du merkst, da entwickelt sich was, wie du schon sagst, diese Fanfiction. Und ja, Leute wachsen zusammen auf der Basis, die du geschaffen hast. Was ist das für ein Gefühl? Das ist ganz absurd. Ich war in der Schule nie besonders beliebt. Ich war immer mehr so die Außenseiterin und die ein bisschen weird ist. Ich glaube, ich war auch einfach sehr rebellisch und deswegen für viele Leute auch, einfach anstrengend. Und jetzt plötzlich einen Ort zu haben, wo man doch so eine Gruppenzugehörigkeit hat und sich halt wohl fühlt. Und ich denke nicht mehr darüber nach, dass mich Leute irgendwie seltsam finden könnten, weil ich einfach gelernt habe, dass ich seltsam bin, ist das, was die Leute halt daran schätzen. Ich bin nicht cool. Ich bin nicht die Person, die immer die sinnvollen Dinge sagt. Ich mache manchmal Witze, wo man sich denkt, boah, da hätte mein 70-jähriger Vater drüber gelacht. Ich habe den absoluten Dad-Humor. Und es ist einfach schön, das genauso auch ausleben zu können und einfach man selbst sein zu können, ohne sich diese Gedanken machen zu müssen. Und ich habe immer gehofft und versucht, einen Raum zu schaffen, der genau das allen ermöglicht, dass du einfach du selbst sein kannst, solange du niemandem damit schadest, solange du halt niemanden damit verletzt. Und ich glaube, das ist relativ gut gelungen, das sagen sehr viele Leute, dass es ein Safe Space für sie ist. Und deswegen ist es halt auch etwas, worauf ich sehr, sehr stolz bin. Also es fühlt sich sehr absurd an, aber ich bin auch sehr, sehr stolz drauf, wenn ich dann Nachrichten bekomme. Und davon gibt es sehr viele von Leuten, die sagen, hey, ich fühle mich so wohl und ich fühle mich so sicher in dieser Community, weil ich einfach respektiert werde, so wie ich bin und ich nicht ausgelacht werde. Und gerade jetzt in Bezug auf die LGBTQI-Community habe ich da sehr, sehr viel, also ich setze mich jetzt auch seit einem Jahr verstärkt zum Beispiel für Transrechte ein, weil das meines Erachtens nach auch in der Gaming-Szene noch fast komplett untergeht und merke seitdem auch einfach, wie viel mehr Betroffene jetzt Teil dieser Community werden und sich auch offener trauen, über Dinge zu reden oder auch dann schreiben, sie fühlen sich das erste Mal auch wo gesehen. Und das macht einen natürlich ultra stolz und ultra glücklich, weil, hey, was gibt es Geileres als eine Safe Space zu bauen für Menschen? Ja, darauf wollte ich auch nochmal mit dir zu sprechen kommen, weil das verfolge ich auch in deinen Streams, dass Gaming zwar die Grundlage ist irgendwie und Unterhaltung, so, das ist so das Gerüst, aber du setzt auch ganz viele Themen und du bist auch sehr klar in deinen Meinungen. Und ich habe es zum Beispiel jetzt während des Ukraine-Kriegs oder zum Anfang besonders verfolgt, dass du auch ganz viel, ich würde mal sagen, deinen Stream an die Hand genommen hast und gesagt hast, ich möchte da mit euch drüber reden, das ist jetzt irgendwie wichtig und das ist mir ein Anliegen. Ist das so, dass du auch jetzt für dich empfindest, du hast diese Community, die du aufgebaut hast und da möchtest du auch deine Akzente setzen und das ist dir wichtig, dass das da alles auch seinen Platz hat? Ich glaube, was das angeht, muss man noch ein bisschen auch so unterscheiden, weil das, worüber wir bis jetzt halt gequatscht haben, ist halt vor allem dieses Community-Feeling. Das ist ja im Endeffekt, würde ich sagen, eine kleinere Schnittmenge von der Reichweite, die ich habe. Also wenn man das einfach mal so vergleicht, ich habe halt im Discord sind 6000 Leute und davon sind ein paar hundert aktiv, aber wenn man jetzt auf Twitch schaut, ich habe halt über 200.000 Follower, ich erreiche pro Stream, wenn man halt schaut, zwischen 40.000 und 70.000 Aufrufe, dann habe ich sechs Streams die Woche davon. Also es sind schon sehr, sehr, sehr viele Menschen, die halt in den Streams mit dabei sind und ich glaube, nicht jeder, der in meinen Streams mit dabei ist, ist auch Community. Wir haben auch viel einfach Reichweite, wo Leute sagen, hey, ich habe gar kein Interesse daran, da jetzt irgendwie einen persönlichen Bezug zu haben. Ich will mich eigentlich nur unterhalten lassen. Ich will gar nicht so viel im Chat schreiben oder wenn, schreibe ich vielleicht mal kurz meine Gedanken dazu. Aber eigentlich möchte ich mich nur von Content berieseln lassen beziehungsweise gerade was so politische und gesellschaftliche Sachen angeht, gibt es wirklich ganz viele Leute mittlerweile, die sagen, hey, ich komme wirklich, weil ich deine Meinung zu dem Thema hören möchte, weil es mir hilft, auch mich selbst zu positionieren. Aber auf jeden Fall, dieses Politische und dieses Gesellschaftliche hat für mich, kommt weniger aus dieser Community-Richtung heraus, sondern mehr aus dieser, ich habe sehr viel Reichweite. Und ich finde, dadurch trage ich eine gewisse Verantwortung. Zu meinen Hobbys und zu meiner Freizeit gehört es, mir Wissen anzueignen. Ich schaue unfassbar viele Dokus, ich lese unfassbar viele Berichte, ich lese wissenschaftliche Artikel, weil das einfach etwas ist, was mich schon immer interessiert hat. Ich wollte schon immer wissen, was passiert in der Welt. Und deswegen bin ich auch ganz stark davon überzeugt, dass wenn wir uns über gesellschaftliche Themen unterhalten, bei denen du einen Verlierer quasi hast oder wo es zum Beispiel gegen Minderheiten geht, gegen marginalisierte Gruppen, dann setzt du dich, wenn du nichts sagst, immer auf die Seite des Täters. Weil das Nichtsagen und das Fernbleiben mit der eigenen Meinung stärkt immer die Position des bereits Stärkeren und sorgt auch durch eine Nichtbeteiligung, ist es trotzdem politisch. Eine Nichtbeteiligung ist auch Politik, auch wenn viele Leute das nicht wahrhaben wollen und sagen, aber man muss das trennen. Politik ist überall, Politik betrifft uns alle und etwas ganz gezielt Politik freizuhalten ist auch politisch. Und deswegen habe ich für mich entschieden, ich nehme lieber den aktiven Part. Ich möchte lieber aufklärend sein, ich möchte lieber eine aktive Stimme haben und auch selber kontrollieren, was für eine Stimme ich habe. Und ich möchte nicht, dass das Fernbleiben von meiner Stimme da einen Effekt hat, den ich da nicht mehr kontrollieren kann. Ich finde es super, dass du diesen Raum dafür nutzt. Aber würdest du das denn aktiv auch kritisieren, wenn sich Leute gar nicht, also du sagst schon aus Nicht-Ahnung von Themen, dann lieber vielleicht zurückhalten, bevor man was Falsches sagt. Aber würdest du dir eigentlich wünschen, dass mehr auch auf Twitch, die große Kanäle, große Reichweite haben, sich klarer bei gesellschaftlichen Themen positionieren würden? Die Frage bei sowas ist halt immer, man wünscht sich doch meistens, solange die politische Überzeugung in eine ähnliche Richtung geht. Wir haben ja auch bei großen Kanälen Überzeugungen, die halt auch offen ausgelebt werden. Diese Überzeugungen sind leider nicht immer so gut durchdacht. Und da wird oft leider zu schnell was gesagt und zu wenig darüber reflektiert. Ich glaube, der grundsätzliche Wunsch, den ich halt hätte, wäre, dass mehr Menschen sich aktiv für Politik interessieren, dass mehr Menschen sich aktiv für gesellschaftliche Dinge interessieren. Aber ich glaube, das ist eher so ein gesellschaftliches Problem. Also ich glaube gar nicht, dass Influencer jetzt so viel weniger politisch sind oder so viel egoistischer sind als der Rest der Bevölkerung. Ich glaube, sie sind einfach eine gute Schnittmenge von dem, was wir halt alltäglich haben. Und gleichzeitig höre ich ja auch immer wieder, dass diese nur reinen Unterhaltungs-Channel ja auch deswegen eine allein eine quasi, wie soll ich sagen, eine Berechtigung haben, weil es ja auch für viele Menschen einfach wichtig ist, einen Ort zu haben, in dem sie abschalten können. Für meine Community ist das ein Safe Space, dass wir bei mir über LGBTQI-Rechte diskutieren. Und für andere ist es eine Safe Zone, nicht über diese Dinge mal reden zu müssen, weil du sowieso überall damit konfrontiert wirst und einfach mal nur über ein Spiel philosophieren zu dürfen oder über eine Haarfarbe. Also ich glaube, all das hat seine Berechtigung. Ja, auf jeden Fall. Jetzt, wo du aber auch den Safe Space ansprichst, es gibt ja einige Safe Spaces, die man so im Internet finden kann. Und es gibt aber auch diese ganz finsteren Orte. Wie hast du das in deiner Zeit, in der du dich auch ganz viel damit beschäftigt hast, wahrgenommen? Ich würde sagen, ich bin Internet-Realistin. Also das Internet war für mich nicht wirklich ein böses Erwachen, so gesehen. Ich glaube, da müssen wir gar nicht so viel ins Detail gehen, aber ich hatte jetzt nicht so die leichteste Kindheit. Wir hatten das erste Mal mit dem Jugendamt bei mir zu Hause zu tun. Da war ich 13, 14 sowas um den Dreh. Das bedeutet, das Internet war jetzt für mich nicht unbedingt ein Ort, wo ich sage, oh, der ist grausamer als die reale Welt. Die reale Welt ist schon sehr, sehr grausam. Und das Internet ist mehr einfach ein filterloser Spiegel davon. Du hast halt auf der einen Seite dieses Privileg, das zum Beispiel wir genießen, dass wir sagen, hey, okay, wir schaden niemanden. Bei uns treffen sich marginalisierte Gruppen und finden einander und tauschen sich aus über ihre Erfahrungen und fühlen sich dann nicht mehr so alleine. Und zwei Internetseiten weiter auf 4chan treffen sich halt leider auch Nazis und fühlen sich nicht mehr so alleine und unterstützen sich gegenseitig in ihrem Gedankengut, das darauf aufbaut, anderen Menschen Leid zuzufügen und Hass zu verbreiten. Und als Influencerin bist du ja auch, sage ich mal, an vorderster Front. Also dadurch, dass du dich selbst auf so viele, ich zeige mich ja viel, ich zeige ja von mir viel mehr als die Menschen, mit denen ich interagiere. Dadurch, dass die Leute wissen, wie ich aussehe, wie ich heiße, was mich interessiert, dass ich auch darüber rede, was mich beschäftigt, mache ich mich ja sehr, sehr angreifbar. Und es ist halt an der Tagesordnung, dass anonyme Personen, die sich nicht mal trauen, ihren Namen offen zu legen, versuchen, mich anzugreifen oder sich dann Spaß draus machen, mich zu beleidigen, zu diffamieren, Lügen über mich zu verbreiten oder auch einfach nur sich wirklich Accounts machen, die dann haufenweise gesperrt werden und nicht aufhören über Monate. Einfach nur wirklich beleidigende, unangenehme Kommentare unter alles zu schreiben, was ich mache, weil ja, dann denke ich mir, gut, immerhin auch wieder etwas, solange sie es bei mir machen, haben sie keine Zeit, das bei einer anderen Person zu machen und mir ist es egal. Okay. Aber ja, das Internet kann da schon ekelhaft sein, auf jeden Fall. Dir ist es wirklich, würdest du sagen, egal? Also ist es da nie so, dass es mal auch bei dir unter die Haut geht? Was heißt unter die Haut? Also grundsätzlich, ich bin halt auch einfach ein Mensch mit Gefühlen und Emotionen und natürlich gibt es Kommentare, wo ich mir denke, boah, aber also ich bin nicht, ich werde nicht traurig, ich werde nicht verunsichert durch diese Kommentare und ich glaube, das ist ein Privileg, das ich habe. Ich bin selber eine Jugendliche gewesen, die in allem Unsicherheit hatte, was sie gemacht hat und Megaschiss vor allem hatte und ich bin auch sehr dankbar, dass ich eben die ersten ein, zwei, drei Jahre meines Influencer-Daseins relativ, relativ entspannt verbringen konnte, konnte, weil ich glaube, wenn ich, ich hätte mit 17 nicht mit der Reichweite umgehen können, die ich jetzt habe, weil mich das mega verunsichert hätte, aber jetzt ist halt, also jetzt lösen die, die Kommentare maximal genervtheit oder auch Wut aus. Ja, ich möchte jetzt auch den Trollen hier auch nicht noch mehr Raum einräumen, als sie sich überhaupt verdient haben. Deswegen würde ich mal einen kleinen Switch machen, weil du gerade über deine Reichweiten gesprochen hast und wie sie krass sich das verändert hat. Wenn du dich so zurückerinnerst an die Jahre, die du das jetzt machst, was sind so die Meilensteine in deiner Karriere, die dir besonders im Gedächtnis geblieben sind und wie hast du die erlebt? Also das Erste war die Twitch-Partnerschaft. Also das muss man sich so vorstellen, Twitch ist eine Livestreaming-Plattform, hatten wir jetzt ein paar Mal schon und Twitch kann oder du kannst mit Twitch als Creator in einen Vertrag eingehen. Dann wirst du quasi Partner, ein Twitch-Partner und das bedeutet, dass einerseits du für die Werbung, die auf deinem Channel quasi sowieso abgespielt wird, also die wird monetarisiert, das heißt, du bekommst dafür halt Geld ausgezahlt, aber auch gibt es diese Möglichkeit der Subscription. Das bedeutet, wissen vielleicht viele nicht, aber im Internet ist quasi alles, was du konsumierst, ist kostenlos. Also Twitch ist kostenlos, YouTube ist kostenlos, alle Beiträge, alles, was ich an Inhalt mache und anbiete und auch auf, egal welche Plattform ich mir suche, ich biete grundsätzlich mal immer alles komplett kostenlos an, aber mit dieser Option, dass Menschen sagen können, hey, ich finde das cool, was du machst, also unterstütze ich dich auf freiwilliger Basis. Aber, dass du Partner wirst, dafür musst du dich halt bewerben und es fühlt sich ein bisschen an wie so ein Ritterschlag und wenn dann die Gamescom ist, dann gibt es eine Twitch-Partner-Launch und da kommst du nur als Twitch-Partner rein und es fühlt sich dann alles super, super krass an, war da vor vier Jahren das erste Mal bei der Gamescom und das einzige Mal bis jetzt und dann gibt es da wirklich so eine eigene Boof, wo du nur mit Bändchen reinkommst und dann lernst du die ganzen anderen Partner kennen und dann gibt es danach eine After-Twitch-Party, wo du auch nur als Partner reinkommst und die ganzen Getränke sind kostenlos und ich war halt damals so 19 und oh mein Gott, krass, ich komme da jetzt, es hat sich einfach mega cool angefühlt und so ein bisschen so exklusiv und das gibt dann dem Ganzen so einen ganz besonderen Charme, sage ich einfach mal. Ja und sonst, also ich meine natürlich, Meilensteine sind bei Streamern immer relativ leicht zu messen. Du siehst sie halt daran, wie viel, welchen Bereich Zahlen zum Beispiel jetzt einfach erreichen. Also die ersten 10.000 auf Twitch-Knacken waren natürlich total krass, die ersten 50.000 Knacken war wild und die ersten 100.000 war holy, so das ist ja absolut krass oder ich habe jetzt vor kurzem die 20.000.000 Aufrufe auf Twitch geknackt, wo du dir auch denkst, so okay, das ist echt eine krasse Hausnummer und jetzt, also mittlerweile sind es nicht mehr unbedingt zwangsweise die Zahlen, die mich flaschen, sondern dann eher die Chancen, die du bekommst. Also dann das erste Mal zum Beispiel mit den Rocket Beans zusammenzuarbeiten. Das waren die Vorreiter unserer Zeit, sage ich mal, die im Fernsehen die ersten Gameshows gemacht haben und einfach sehr prägend waren für meine Generation und auch die davor und dann wirklich dort ins Rocket Beans Studio zu fahren und dann mit den einzelnen Bohnen sich halt da auch anzufreunden und mit denen zusammen Content zu machen und dann sitzt man halt casual plötzlich bei so einem Spieleabend neben Nils oder neben Simon und du bist so Helden meiner Kindheit, so what the fuck. Sorry, jetzt habe ich fuck gesagt. Ja, also das ist schon super, super krass. Das ist schon wild. Finde ich sehr sympathisch, dass du das immer noch als so ein what the fuck wahrnimmst. Ich spreche echt mit den Leuten. Ich habe das auch immer, wenn ich Interviews führe. Du kannst dir die Leute heraussuchen und denkst, boah, würde ich total gerne mal als Gesprächspartnerin oder was auch immer haben und mit den Leuten einfach quatschen zu können und das Gefühl geht, glaube ich, im besten Fall nie, weg, dass du denkst, cool, ich bin jetzt in dieser Situation und ja, das macht einfach so Laune. Das ist absurd und also mega schön einfach. Es ist krass. Wenn ich jetzt aber denke, ich würde auch gerne mal bei den Rocket Beans irgendwie in die Show kommen, weil ich mir eine Streaming-Existenz auch aufbaue. Was würdest du mir raten, wie soll ich anfangen, wenn ich streamen möchte? Ich glaube, das Influencer-Sein hat Ähnlichkeiten mit dem Fußball. Jeder kann Fußball spielen, aber nicht alle werden berühmt sein. Und ich glaube, das sollte man einfach sich im Hinterkopf behalten, dass es sein kann, dass ich da fünf Jahre investiere und dabei nie was rauskommt. Du hast einfach keinen Garant dafür, dass was funktioniert. Was sind denn Inhalte, mit denen man jetzt zum Beispiel auf Twitch noch rausstechen kann? Also ich glaube, wenn ich dir diese Frage allgemein beantworten könnte, dann wäre ich wahrscheinlich Coach und wäre reich. Ich glaube, es ist vieles, vieles ist eine Glücks- und eine Zufallsgeschichte. Viel ist auch nicht zu unterschätzen, einfach ein Durchhaltevermögen und auch einfach, dass man, sag ich mal, kein Hähnchen dafür hat, sich selbst in Szene zu setzen. Ich glaube, grundlegend, mein Channel funktioniert ein bisschen anders als der Channel, also im Verhältnis zu den anderen weiblichen, großen Content-Creatoren, die ich in meinem direkten Umfeld habe. Das werden wahrscheinlich alle Influencerinnen von sich selbst sagen. Warum ich glaube, dass mein Channel anders funktioniert, ist, weil ich einfach dadurch groß geworden bin, dass ich nicht das gemacht habe, was gerade in das. Ich habe jahrelang League of Legends gespielt, was ultra bekannt war und es hat mit Reichweite Wachstum nicht funktioniert. Ich hatte einfach so einen Maximalpunkt erreicht und der war dann vorbei. Ich habe damals dann aufgehört, League zu spielen, nicht, weil ich nicht gewachsen bin. Ich war nicht klug genug, um zu checken, dass das nicht unique genug ist. Ich hatte einfach keinen Bock mehr auf das Spiel und habe dann angefangen, mich in einer Nische wiederzufinden, nämlich Strategiespiele. Es gibt einfach sehr wenige Leute verhältnismäßig, die Strategiespiele streamen und fast keine Frauen, die das machen. Das heißt, mein Channel funktioniert tatsächlich dadurch, dass ich etwas mache, was niemand macht, obwohl mir immer alle gesagt haben, spiel doch etwas Populäreres. Was willst du denn mit Strategiespielen? Da schaut doch niemand. jemand. Deswegen, ich glaube, wirklich die größte Wichtigkeit, die mich mitgeben kann, ist, mach das, worauf du persönlich Bock hast, weil es ist ein Marathon und kein Sprint und wenn du durchhalten möchtest, dann solltest du dir was raussuchen, bei dem du das Gefühl hast, dass du damit auch wirklich durchhalten kannst. Schau dir Channel von Content Creators an, die du cool und spannend findest. Schreib dir auf, warum du die Content Creator cool findest, was es für dich ausmacht, dass du dort reinschaust und überleg dir, wie du für dich was daraus ziehen kannst, was du selber machen kannst, was sich für dich nicht unangenehm anfühlt, denn das ist einfach auch ein Handwerk. Es ist ein Skill, den man lernt, so zu reden, dass dir Leute zuhören wollen, ist ein Skill, das verändert nicht meinen Charakter, sondern ich entwickle mich weiter, um im Stream unterhaltsamer zu werden. Wie alltagskompatibel ist das denn, wenn ich jetzt mal so an Freundschaften, Beziehungen denke, wie würdest du sagen, wie ordnest du da deinen beruflichen Alltag ein? Katastrophe. Also du brauchst halt Freunde, die Verständnis dafür haben, dass du viel Zeit deines Lebens damit verbringst, für die Arbeit zu leben. Das ist einfach, für mich ist, meine Arbeit nimmt so viel mehr von meinem Leben ein, als Berufe, die ich so, also durchschnittliche Berufe in meinem Freundeskreis, die ich so mitbekomme, weil das halt wirklich überall ist, konstant und andauernd. Aber es ist halt auch eine große Leidenschaft und ich glaube, du brauchst einfach Menschen, die damit können, für die das okay ist, dass ich dann halt mal wieder einen Monat keine Zeit habe, weil es geht halt nicht. Beziehungstechnisch ist auch, also mein Freund ist halt auch Content Creator. das heißt, für uns ist allein schon, also wir arbeiten immer jetzt nach einem Jahr Beziehung, arbeiten wir immer noch daran, einen Modus zu finden, wie wir es schaffen, Berufliches und Privates anständig voneinander zu trennen, weil wir halt teilweise beruflich auch miteinander zu tun haben und wir versuchen uns da wirklich auch gezielt Regeln aufzusetzen mit, okay, und ab dieser Uhrzeit reden wir nicht mehr über die Arbeit, weil natürlich auch Managements merken, oh, der schnellere Weg ist, statt dass mein Manager bei dem Manager von meinem Freund anfragt, ist es dann so, ja, Pia, hättest du nicht Bock, das mit Kalle zu machen? Und dann ist das natürlich voll verlockend, dass ich einfach mal eben ins andere Zimmer gehe und sage, ja, Kalle, wollen wir das nicht machen? Aber eigentlich ist das nicht meine Arbeit. Das heißt, wir versuchen uns da wirklich ganz gezielt auch Regeln aufzusetzen, damit die Arbeit nicht so krass ins Privatleben einschneidet, weil das halt schon sehr ermüdend werden kann. Ja, das ist eine Herausforderung. Ja, ich glaube es dir gerne. Aber der Vorteil ist wahrscheinlich, dass ihr für euren gegenseitigen Berufsalltag großes Verständnis habt, weil ihr macht im Endeffekt ja sehr ähnliche bis gleiche Sachen. Ähnliche, ja, auf jeden Fall. Verständnis schon auch, teilweise dann auch wieder Unverständnis, weil man dann natürlich trotzdem auch diese Situation hat, wo man sagt, jo, warum machst du das jetzt? Also gerade jetzt zum Beispiel in Bezug auf Burnout oder Ausgebranntheit ist ja bei Influencern gerade momentan ja ein sehr, sehr großes, häufiges Thema, weil ich glaube, Influencer-Dasein wird von unserer Gesellschaft als Beruf noch nicht wirklich anerkannt, was ich verstehen kann, weil man, also du kannst halt ein Influencer mit einer 10-Stunden-Woche sein, du kannst aber auch ein Influencer mit einer 60-Stunden-Woche sein und als Außenstehender siehst du das halt nicht. Du siehst nicht, wie viel dahinter ist. Du siehst nicht, was das für einen Unterschied macht, wenn Twitter nicht dein Hobby, sondern dein Beruf ist, was das einfach für eine andere mentale Belastung einfach ist und was das für einen Stress auch auslösen kann und dieses konstante Erreichbarsein, konstanten, immer neue Inhalte, immer mehr, immer noch eins drauf und du kannst nicht wegfahren und du kannst nicht Pause machen und du kannst nicht abschalten und du kannst nicht reduzieren, weil das ist dein Job, also da ist einfach ein großer Stressfaktor, der mitspielt und ich glaube gerade, was das angeht, wenn du mit einem anderen Influencer zusammen bist, dann hast du halt auch öfter dieses, sei doch jetzt nicht so doof und überarbeite dich so, du siehst doch, dass das Blödsinn ist. Also ich glaube, das ist einer der Dinge, die uns auch krass betroffen haben, weil Kalle ja mit Burnout super krass zu kämpfen hatte und dann halt schon auch hin und wieder so dieser Blick zu mir kam, dieses, hey, du siehst, wie es mir gerade geht, warum legst du es darauf an, dass das bei dir auch passiert. Also ich glaube, es sind nicht nur positive Dinge, es ist nicht nur Verständnis, manchmal ist es auch ein, ach come on, why you do this? Ja. Also er macht sich denn real schon Sorgen, dass es bei dir auch in die Richtung geht? Ja, auf jeden Fall. Siehst du es denn auch? Also ich sehe das auch. Es ist total witzig, also was heißt witzig, ich habe in meiner Jugendzeit immer gesagt, ich möchte auf gar keinen Fall so werden wie mein Vater, weil der immer nur gearbeitet hat und ich immer das Gefühl hatte, der lebt nur, um zu arbeiten. Der ist halt in einer großen Firma und das ist halt, wie man klassisch sagen würde, ein 9-to-5-Job, aber nicht wirklich 9-to-5 so. Und jetzt sagt mein eigener Vater zu mir, dass er es erstaunlich findet, dass seine Tochter mehr arbeitet als er. Und das ist auch etwas, was mir natürlich im Kopf rumschwirrt. Wenn die Person, von der du gesagt hast, das möchte ich niemals werden, Witze darüber macht, dass du zu viel arbeitest, dann schwierig. Ich fahre jetzt regelmäßig auf die Ranch und noch ist die Ranch kein Content. Wir nehmen nur auf dem Weg zu Ranch einen Podcast auf und pitchen Content. Du hast gerade einen neuen Podcast gestartet, in dem du mit auch einer Streamerin dann wieder. Genau, mit Freiraumruhe. Genau. Indem ihr über aber Sachen abseits vom Streaming redet, sondern über ganz andere Sachen. Die Fahrt wurde zur Arbeit, aber der Aufenthalt dort ist noch keine Arbeit. Was sicherlich auch nur eine Verlagerung ist, des Workloads im Endeffekt. Ja. Es bleibt ja, von der Masse her bleibt es ja viel einfach. Wenn du sagst, okay, es türmt sich jetzt schon auf, jetzt noch ein Podcast dazu. Also du schonst dich auch nicht. Das ist wahr. Man denkt dann immer so, okay, das ist ja nicht mehr Arbeit, wir sitzen ja sowieso im Auto. Und dann haben wir die erste Podcast-Folge zweimal aufgenommen, weil die Technik leider Crap war und haben uns dann spontan am Freitag nochmal extra dafür noch getroffen und eigentlich wäre es Kims freier Tag gewesen. Also ja, man denkt sich halt so, ja, das ist ja, das ist ein Selbstläufer, aber auch der Selbstläufer muss manchmal noch extra poliert werden und man hat dann trotzdem natürlich diesen Anspruch, diesen Qualitätsanspruch. Also es wird halt immer mehr. Glaube ich sehr gerne. Du hast vorhin schon mal die Gaming-Szene erwähnt. Das ist ja mal so ein loser Begriff, wo man sich jetzt irgendwie alles und nichts darunter vorstellen kann. Wie würdest du die deutsche Gaming-Szene beschreiben? Deutschsprachige vielleicht auch. Es ist ein bisschen wie so unterschiedliche Schulklassen. Wir haben zum Beispiel die Spandau-Bubble, bei der ich ganz viel mit dabei bin, wo halt so vier, fünf Influencer drin sind und dann hast du die Rocket Beans, die als eigene Gruppe in Hamburg zum Beispiel passieren und dann hast du halt diese Mischung trotzdem zwischen diesen beiden Gruppen. Also ich würde sagen, es sind lauter Schulklassen auf einem großen Schulhof und manche Schulklassen kommen miteinander besser klar und manche weniger, aber all in all ist es wie ein riesiger Schulhof. Das ist ein schönes Bild. Wie sieht es denn in eurer Klasse aus? Du bist nach Spandau auch gezogen. Genau, ja. Wie kann ich mir das vor Ort vorstellen? Gibt es da ein großes soziales Netz miteinander oder gehen da schon alle die eigenen Wege? Wie ist das so, das Miteinander in so einer Bubble, in so einer Schulklasse? Also Spandau ist ja wirklich so ein eigenes Kultthema mittlerweile. Ich glaube, das hat vor allem mit dem Content Creator Hand of Blood angefangen, der angefangen hat, wirklich Spandau so mega krass durchzumimen und gesagt hat, okay, Spandau ist nicht bei Berlin, sondern Berlin ist bei Spandau. Den nimmt das auch selber nicht ernst, aber das war halt einfach wirklich so ein Franchise, das daraus entstanden ist, das sich überall quasi durchgezogen hat und mittlerweile hat Spandau auch sogar sein eigenes League of Legends E-Sports Team, das sogar sehr erfolgreich ist. Aber für uns grundsätzlich in erster Linie ist es schon auch ein privater Freundeskreis. Also man hat dann am Freitag oder Samstag war das, hat man dann halt mal einen Brettspielabend und da bleibt die Kamera komplett aus. Also es ist wirklich ein privater Freundeskreis mit Leuten, die man sehr gerne hat. Das sind wirklich Freunde und gelegentlich hat man beruflich bei größeren Events, bei Produktionen oder mal bei einem Video miteinander zu tun und identifiziert sich halt einfach so als Teil einer gemeinsamen Gruppe, mit der man sich halt wohlfühlt. Aber trotzdem macht auch jeder immer noch sein eigenes Ding. Also es ist wirklich so ein, du musst deine eigenen Noten abgeben in der Schule, aber manchmal machst du auch eine Gruppenarbeit, falls das irgendwie Sinn ergibt. Ich verstehe, was du meinst, ja. Unterhält man sich denn privat, aber über berufliche Sachen oder versucht ihr schon, das dann komplett auch rauszuhalten? Also komplett ohne geht halt nicht so. Wobei ich tatsächlich zum Beispiel mit der Spandauer Bubble mich weniger über berufliche Sachen unterhalte, sondern das wirklich für mich eher der Ort zum Abschalten ist. Das ist wirklich eher ein, hey, heute mal wieder einfach gemeinsam chillen und man hat, was da einfach super angenehm ist, die Leute verstehen die Struggles, die du vielleicht gerade auch beruflich hast, ohne dass du sie thematisieren musst. Also wenn wir dann uns treffen und jemand schreibt in die WhatsApp-Gruppe rein, yo, ich muss einfach mal abschalten und das hat extrem viel, extrem viel Wert. Jetzt hast du die verschiedenen Bubbles jetzt schon angesprochen und wenn du jetzt alles mal zusammennimmst und das ja, also du hast schon deine riesige Zuschauerschaft und da kommt ja richtig Masse zusammen, wenn man alle so Content-CreatorInnen so zusammennimmt. Welches Potenzial siehst du in dieser ganzen Content-Creator-Szene, Twitch, YouTube, was weiß ich, also alles, was so an Projekten gestartet wird, für ein Veränderungspotenzial, auch wie sich die Medienlandschaft verändert, dadurch, dass ihr nicht mehr, keine Ahnung, ins lineare TV müsst, um da stattzufinden, sondern eure eigenen Kanäle alle habt. Wie wird das auch in der jungen Generation die Medienlandschaft verändern? Also ich glaube, das Fernsehen allgemein ausstirbt, so wie wir es kennen. Also gerade, wenn man sich die neuen, jüngeren Generationen anschaut, wie viele Personen unter 30 schauen wirklich regelmäßig Fernsehen. Das ist halt, man guckt halt Filme, man guckt halt Serien, aber ich tue mir das doch nicht an, auf einem regulären Fernsehsender einen Film zu schauen, wo alles gekürzt ist und ich alle 10 Minuten, 5 Minuten Werbeblock habe. Das interessiert mich nicht. Da hole ich mir lieber bei irgendeinem Streaming-Dienstleister ein Abo im Monat und dann kann ich mir genau die Filme zu dem Zeitpunkt anschauen, die ich haben möchte. Und wenn ich unterhalten werden möchte, dann habe ich so viel Auswahl im Internet, so viel Auswahl an Content-Creatern, die zu jedem Zeitpunkt völlig kostenlos für mich alles Mögliche an Dingen machen und umsetzen, der sich halt den Fernseher per se so glaube ich einfach auch irgendwann nicht mehr brauchen werde. Wenn man dann halt mal sich so auch E-Sports-Meisterschaften oder so anschaut oder auch einfach so Gamevation ist zum Beispiel auch so eine Sache, die von mehreren Leuten gemeinsam gemacht wurde. Da hast du dann halt so 60.000 bis 80.000 Live-Zuschauer gleichzeitig. Das ist halt huge und das wird immer größer und im englischsprachigen Bereich ist es noch viel größer. Also ich glaube, dass diese Szene weiter wachsen wird und ich werde auf jeden Fall oder ich habe für mich keine Gründe mehr, einen Fernseher zu starten, weil das Internet gibt mir zu jedem Zeitpunkt individuell genau das, was ich haben möchte. Ich muss mich nicht an irgendwelche Fernsehprogramme halten, ich muss keine Zeiten einhalten, sondern ich kann es schauen, wann ich es schauen möchte. Wie siehst du für dich mit diesen Möglichkeiten, die du gerade schilderst, aber auch mit Gefahren wie Belastung, wo wir jetzt auch drüber gesprochen haben, und Alltagskompatibilität und des Berufs, also wenn wir das jetzt mal alles nochmal zusammennehmen, wie stellst du dir deine Zukunft vor? Hast du da schon konkrete Vorstellungen, wie das sich entwickeln soll oder was siehst du da auf die Zukunft? Also ich, momentan bin ich schon noch in der Situation, in der ich sage, ich fühle mich immer noch, als wäre ich voll im Aufbau. Ich fange jetzt gerade erst an, mich an YouTube ranzutasten und da ein bisschen mehr auszuprobieren. Ich habe jetzt gerade meinen Podcast gestartet. Also ich fühle mich schon in der Situation gerade, in der ich sage, ich möchte die nächsten Jahre gerne so weitermachen. Also gerade darauf gehend, ich wurde halt bekannt in der Zeit, in der Corona quasi Bergfahrt war. Das heißt, ich habe diese ganzen Events und so weiter alle noch nicht so richtig mitbekommen. Und ich hoffe halt schon, dass ich die nächsten Jahre noch diese Möglichkeit bekomme, auch auf so große Gaming-Messen gehen zu können, als Content-Creator. Dort auch auf der Bühne Sachen machen zu können, auch mit einem interaktiven Publikum. Also das sind Sachen, die reizen mich sehr. Auf die habe ich sehr, sehr Lust. Und ich glaube, ein paar Jahre sehe ich mich da auch noch. Aber ich werde, glaube ich, keine Streamer-Omi werden. Also nicht in dem Ausmaß. Die Menge, in der ich jetzt arbeite, lass es zehn Jahre sein, in denen ich das jetzt noch so mache. Dann habe ich 17 Jahre lang alles gegeben. Lass es 15 Jahre sein, we'll see. Aber ich werde nicht bis zum Ende meiner Tage, möchte ich keine 60-Stunden-Wochen haben. Also ich möchte schon ein bisschen dann auch in was Entspannteres vielleicht irgendwann gehen. Ich finde auch, also ich finde die Branche super. Ich möchte auch in der Branche wahrscheinlich bleiben. Aber wer weiß, ob ich das wirklich brauche, dass die Kamera dann für immer auf mich gerichtet ist. Vielleicht auch irgendwann Lea selber aus der Planung, beziehungsweise ich persönlich würde ja am liebsten Bücher schreiben. und hoffe, dass ich mir mit der Reichweite, die ich jetzt habe, das halt ermögliche. Dass ich dann vielleicht irgendwann Bücher schreibe und dann eher gelegentlich streame. Oder vielleicht nur noch einmal die Woche dann vielleicht kreative Sachen mache. Weil ich weiß nicht, ob man komplett aufhören kann, wenn man das mal so viele Jahre so exzessiv gemacht hat. Aber so exzessiv für immer möchte ich es auf gar keinen Fall machen. Okay. Vielen Dank. Ich danke dir. Ich habe viel gelernt über die Streaming-Szene und auch über dich. Es hat mich sehr gefreut, dass du mich auch eingeladen hast. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ja. Sehr schön. Ja, danke, dass du dabei warst. Tschüss dann an alle, die zugehört haben. Ich freue mich wahnsinnig, dass ihr uns zugehört habt. Und ich hoffe sehr, dass euch die erste Folge von Wir gehen rein gefallen hat. Und wenn sie euch gefallen hat, dann seid doch in 14 Tagen einfach wieder dabei. Da reisen wir nämlich zusammen nach Spandau. Denn ihr habt es von Pia gehört, Spandau hat jetzt ein eigenes E-Sports-Team. Und was an dem so besonders ist, das schauen wir uns vor Ort mal ganz genau an. Mein Name ist Tim Pomerenke. Ich bin der Host und Redakteur dieses Podcasts. Für das Producing zuständig ist Way Kwan. Ich bedanke mich bei Ivy Hase und Silvana Katzer für die Mitarbeit. Und ein besonderes Dankeschön geht natürlich an Pia. Schaut sie euch bei Twitch oder YouTube unter dem Namen Shoyoka an. Oder hört mal in ihren Podcast rein. Two Girls, One Car. Danke, dass ihr dabei wart. Audio Now Ich bin auf Drei Möbenke. Die Everbeit Musik